und weiter geht's hier bei let's play beyond good and evil reden wir mal mit der katze hier genau fast mehr gibt es eigentlich nichts die im disco man zwar noch anschaut denn sie sie brauchen einen codenamen um ihre berichte zu unterschreiben shawnee schawnee machen weiter so süße und eines tages wirst du berühmt sein da ist ein knopf ue dann schaut ob sie fertig aus ok ok hm scheiße ok ok gut gemacht jade auf ab dein ticket k7b5 hm den code kann ich vielleicht da oben bei der zweiten türe eingeben b6pa b6pa oder b6p4 schauen wir mal b6p4 hey das war's ha eigentlich klauen wir da fast was oder hüüüü unter perlär noch kauft rufus beuter Das ist zwar sehr aufgängig, aber Hindys brauchst du jetzt dringender als du. Hm. Okay. Da könnten wir eigentlich noch Kohle machen, schauen wir mal. Konto-Identifizierung. Okay. Sehr schön. Das waren mal 200 Einheiten, schauen wir mal. Mitte. Ja. Haha. Okay. Okay. Wir sehen uns bestimmt wieder, junge Frau. Wir werden mal sagen, dass das bedeutet einfacher als was anderes. Da steht der dort. Ja, sieh da. Große Brecher ist mit 300 Meter langen Nägel. Okay. Genau. Na, danke. Wir wollen nicht trinken, oder gibt's ja wohl irgendwo ein Rennen anscheinend. Was ist das? Hm. Wir brauchen einen Spezialschlüssel. Hm. Okay. Das ist sogar mal höfreich. Schon sympathisch aus der Kollegin. Die Armee hat nicht mehr viel zu melden, seit die Alpha-Abteilung aufgetaucht ist. Wo kommt die Alpha-Abteilung eigentlich her? Frag mich nicht. Ich weiß nur, dass es viel besser geworden ist, seit sie hier sind. Ja? Meinst du? Ich finde, es gibt immer mehr und mehr Änderungen. Wo geht's da hin? Alpha-Abteilung. Oh. Können also nicht, wohin wir wollen. Vielen Dank für nichts, Alpha-Abteilung. So. Na gut. Hm? Dann... Da gibt's auch nix mehr. Da ist auch nix. Ja, dann werden wir mal da zu dieser Fabrik reisen. Und dann machen wir rum, die uns gebeten haben. Boah. Okay. Da sind unsere... Basis... Warte mal. Da haben wir die riesige Schlüssel. Schauen wir mal. Schauen wir mal. So, in Richtung schwarze Insel. Schauen wir mal. Äh... Karte. Fabrik. Na bitte, die ist von mir. Okay. Oh, da ist Absperrung. Sogar diesen Weg haben sie gesperrt. Normalerweise kam man von hier direkt zur Fabrik. Ja, das war's. Das Ding auf Zomschirsen. Ja, gut. Das heißt, da kommen wir mal nicht entlang. Das ist doof. Ja, komm mal zu der großen schwarzen Insel. Was ist das da hinten? Man, Kamera schmackt sehr wohl. So, es wird die Levelbegrenzung sein. Ja. Wow. Was ist das? Imperator. Perfekt. Ich füge das in die Liste ein. Nice. Da. Da. Jetzt wissen wir mal, ob es so viel erwischt. So, das ist doch der Kopf von der Fiete, oder? Hallo. Kamera. Stopp. Da. 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 Der Claren Ex-Kurs hat uns jetzt aber eigentlich auch nichts gebraucht. Was ist Schlachthausrennen? Stadt? Ja. Für das Hovercraft kaufen. Ja. Ich glaube, ich weiß, was ich machen muss. Oh ja, richtig. Eigentlich muss man eine Neutralisierungskanone für das Hovercraft kaufen. Wer hätte es denn gedacht? Gut, dann machen wir das mal, ne? Boah. Vollgas-Tour. So, und irgendwo da müsste es noch mal ein Blödsinn sein. Ich habe einmal einen Perlendetektor bei Ming-Tsuz gesehen. Schien mir sehr nützlich. Das hat er gern, aber... Ja, Typ mit dem Zeugs, ja. Hilfreich, schnappen wir uns einmal das Gerät. Nice. Gute Arbeit, Jade. Hm? Das haben wir doch sicherlich gleich wieder verwenden müssen, oder? Boah. Bist du deppert, das Saubergeschütze. Okay, jetzt bin ich gesporned. Na bitte. Convenient, ja. Oh, das geht wieder los. Boah. So, das soll man gar nicht abschießen. So, das soll man gar nicht abschießen. Scheiße. So, das soll man jetzt nicht abschießen, oder? Oh ja. Sag mal, das war böse. So, und das Teil auch. Und getroffen. Okay. Was war's? Ja, anscheinend. Okay. Schauen wir mal, um jetzt diese, diese Absperrung da... Diese quasi-Absperrung, um mal die jetzt da wischen können. Und die jetzt auch schon... Das hässliche Gesicht, ja. Ich kenne ja einen Typ mit hässlichem Gesicht. Okay, halt die Pappen, ey. Der Typ besteht doch nur aus am großen Mund. Saurons Mund, quasi. Jetzt bin ich gesporned. Und tschüss. Jetzt mit Speed durch. Nicht, dass da gab es da drum respawned. Jawoll. Ich kenne mal, ich kann hier nicht schießen. Das ist zu gefährlich. Ah, da kann ich mal undongen, okay. Ah, cool. In dem Spiel springt man gar nicht selbst. Das wird alles für einen gemacht. So, wo ist das Tier? Komm her. Okay. Ich würde das Gefierbe gerne knipsen. Okay. Ja, doch. Super, jetzt sind wir gerade da wischen. Und... So, aber jetzt... So, aber jetzt... Da war noch nicht blau. Das war Daco-Essen. Was gibt's da? Da kommt man wahrscheinlich mit rein. Nö. Na gut. Kriegt er das auf? Nichts. Hm. Hätten wir jetzt auch gewundert. Okay. Ah, schau. Stimmt, da sollen wir ein Foto davon machen und die sollen das dann machen. Ja, das ist der Code, den wir vor ein paar Tagen entziffert haben. Ich schicke ihn euch. Okay. Bist du schon da, Shawnee? Vergiss nicht, dass die Gouverneurin dir helfen kann, wenn du Probleme hast mit einem Code... Wenn er ihn nicht geändert hat, lautet er immer noch... Viel Glück. Immer noch viel Glück. M4, M5. M4, M5. M. M4, M5. Jawoll. M4, M5. M4, M5. M4, M5. Hm. M5. Gekauft. M5. Aufzugraum. Das klingt ja mal einladend. M5. Das kann aber jetzt aufschneppeln. M5, M5. 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 M1. M5. M6. M4. M5. mu4. Wir schießen ein paar Fotos und dann ab nach Hause. Ja, ja. Zu lesen. Ja, okay. Schauen wir mal auf die Karte. Bericht. Und Kilo-Ebenen, okay. Gerade. Ui, die kann man hauen, okay. Aber das sollten wir vielleicht nicht durch. Aha, okay. Sollen wir mal drüber springen. Cool, jetzt haben wir eigentlich das Steuerungs-Tutorial gerade eben. Jetzt hat man aufsalten. Und aus. Das geht schief. Okay, noch eine Ratte. Oh. So, das ist gewischt. Danke. Ich wollte den Daku selbst futtern. Die Sache ist, die Ratten schon cool aus. Richtig süß. Die will ich gar nicht hauen. So, wegschirmen. Gut, dann mal ran. Okay. Sitzt fest. Okay, und jetzt in die Richtung. Ich komm schon, Jade. Hm. Wegen dir werde ich noch meine schönen Jetboots ganz abnutzen, Jade. Der letzte Schrei im Personennahverkehr. Ja, aber das ist längst nicht alles. So viel zu ihrem tollen Sicherheitssystem. Hm. Allerdings. Das sollte man fotografieren. Sie hetzen uns einen Reaper auf den Hals. Und es sieht aus, als wäre er auf der Jagd. Er muss auf die Ohre aufpassen. Es wird so, es kann, Jade. Wir werden zu Hause im Leuchtturm gebraucht. Drehen wir um, solange wir noch können. Wenn das Iris-Netzwerk die Wahrheit sagt, dann werden wir hier am dringendsten gebraucht. Hm. Ja gut, dann machen wir mal ein Foto. Egal wie, da wären wir jetzt am Speichern. Und. Speichern. Super, dann bist du im nächsten Teil, Leute. Servus.